Wir sind Christopher und Eric und wir kommen aus Heidelberg und wir haben herausgefunden, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, was ist da jetzt unser Problem? Wir haben eine Spaltung. Auf der einen Seite haben wir Leute, die können moderne Technologie ganz problemlos verwenden, wie wahrscheinlich die meisten in diesem Raum. Aber wir haben eben auch auf der anderen Seite die Leute, die mit moderner Technologie gar nicht umgehen können. Und der Nachteil wird eindeutig. Die, die mit der Technologie gar nicht umgehen können, haben halt einen Nachteil in unserer Gesellschaft. Dies sind halt oft ältere Leute und wir wollen diesen älteren Leuten helfen, wieder in unsere Gesellschaft zurückzukommen, in unsere moderne Gesellschaft. Und ihre Eltern haben vermutlich Handys. Und ganz einfache Dinge, wie eine SMS zu schreiben oder sowas, ist manchmal halt ein bisschen schwieriger für die. Und das ist das, wo wir ins Spiel kommen. Wir sind Tech-Teach. Und wir bieten Workshops in fast allen technischen Bereichen. Vom Anfänger bis zum Profi ist alles für jeden da. Wir haben Herausforderungen für jeden. Zudem fördern wir auch den sozialen Bereich. Wir bieten eine gemeinschaftliche Atmosphäre, in der die meist weisere Generation sich wohlfühlt. Hierbei lernen sie sich in kleineren Gruppen kennen und können dadurch zusammen Probleme lösen in einer Gemeinschaft. Neben dem Workshop bieten wir natürlich auch einen 24-Stunden-Hotline an, über die sie auch einen Tech-Support anfordern können. Und wir schicken ihn direkt an Experten nach Hause. Unser System beruht auf einem Generationenaustausch. Hierbei berufen wir uns auf Studenten, die tagtäglich mit der neuesten und modernsten Technik konfrontiert sind und dadurch den älteren Menschen einfach die besten und neuesten Informationen direkt liefern können. Natürlich profitieren auch die Studenten und Jugendlichen. Sie können sich ein kleines Taschengeld verdienen und wir machen dadurch unser Business. Aber wie verdienen wir eigentlich unser Geld? Auf der einen Seite haben wir ja die Hotline, über die auch die Workshops von den älteren Personen gebucht werden können. Und auf der anderen Seite bieten wir natürlich eine Website an, die wir schon gelauncht haben. Hier vorne können Sie unseren QR-Code sehen und auch scannen für die jugendliche Generation, die dann für ihre Eltern und Großeltern einen Workshop buchen können. So, warum sind wir besser als andere? Zum einen haben wir ein generationsübergreifendes Problem erfasst, was halt die jüngere und die ältere Generation wieder vereinen soll. Zum anderen sind wir durch unser innovatives Konzept nahezu konkurrenzlos. Dann haben wir schon ein aufgebautes Netzwerk aus genialen Trainern und sogar deutschlandweiten Partnern. Und wir sind flexibel und persönlich, weil der Konsument bei uns im Mittelpunkt steht. Und final kann man halt festhalten, dass die Technologie immer erneuern und verändern wird. Und es wird immer eine Generation geben, die hinten dran hängt. Heute sind es noch ihre Eltern und morgen sind sie es. TechTeach. Connecting Generations. Vielen Dank.